Die beiden haben die Strecke zum Briefkasten schon so oft zurückgelegt, dass es mit jedem Mal schneller geht. Sie wissen, wie sie am besten durch das Gestrüpp hinter dem Waldsee robben und wie tief sie sich ducken müssen, um unter dem Schlagbaum mit dem Verbotsschild durchzukommen. Der Pfad wird nach jedem ihrer Ausflüge immer sichtbarer. Inzwischen laufen sie rechts und links nebenher, damit Ziegen Theo den Geheimpfad durch seinen Wald, der zu einem gelben Briefkasten führt, nicht entdeckt, falls er zufällig hier vorbeikommt. Oder jemand anderes. Als sie um die letzte Kurve biegen, die um die riesige, umgestürzte Tanne führt, zeigt sich, dass ihre Vorsichtsmaßnahmen nichts genützt haben. Vor dem gelben Briefkasten steht eine große, dünne Frau mit grauen Locken, einer Nickelbrille und einem Haufen Briefe unter dem Arm. Molly und Gro starren die große Frau mehrere Sekunden verdutzt an. Die Frau beendet die Stille mit einem überraschend tiefen Ähm und rennt in den Wald. Hallo? ruft Gro und rennt hinter ihr her. Molly hat keine Lust, einer fremden Frau durch einen fremden Wald zu folgen, aber alleine zurückbleiben will sie auf keinen Fall. Also läuft auch sie los. Die Frau ist schnell, doch Molly sieht, dass sie Schwierigkeiten hat, das Tempo zu halten und gleichzeitig nicht den Haufen Briefe zu verlieren. Als ein paar Briefe herunterfallen, bleibt sie zwei Sekunden stehen, überlegt es sich dann allerdings anders und läuft weiter. Molly hebt die Briefe auf. Hallo, brüllt Gro atemlos. Molly läuft so schnell, es geht weiter, während sie alle Briefe aufsammelt, die die Frau verliert, bis sie mit dem Kopf voran gegen Gro's Po stößt. Die Mädchen landen im hohen Bogen im Heidekraut. Molly schüttelt vorsichtig den Kopf, öffnet die Augen und schaut direkt auf ein kleines grünes Haus mit schwarz-weißen Fensterrahmen, gut getarnt unter dichten Birkenkronen. Sie sieht die grauen Locken und die grüne Wolljacke durch die Haustür verschwinden, ehe sie ins Schloss fällt. Verflixt und zugenäht, schimpft Gro. Mollys Herz hämmert wie verrückt. Fünf Briefe hat sie aufgesammelt. Langsam dreht sie die Vorderseite der Umschläge nach oben. Stein steht auf dem einen und Ranghild auf dem nächsten. Kirsti auf dem dritten und Owe auf dem vierten. Ganz unten ist der fünfte Umschlag. Bitte, 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 denkt Molly, bevor sie den Umschlag umdreht. Eirig. Molly merkt, wie ihr Herz das gerade noch wild wie ein Flummi durch ihren Brustkorb gehüpft ist, schwer wie ein Stein nach unten sinkt. Sie setzt ihren Rucksack ab und steckt die Briefe hinein. Da fällt ihr Blick auf den Kilometerzähler. Molly hält die Luft an. Sie war so auf das Aufheben der runtergefallenen Briefe konzentriert, dass sie überhaupt nicht darauf geachtet hat, wie weit sie gelaufen sind. 2,99 Kilometer. Erleichtert atmet sie aus. Das war knapp. Sie müssen umkehren. Molly hat noch gar nicht richtig zu Ende gedacht. Da steht Groh auf, klopft sich das Gras und die Heide von der Hose und marschiert zielstrebig auf das Holzhaus zu. Vor der Tür bleibt sie stehen. Psst, flüstert Molly und zeigt streng auf den Kilometerzähler in ihrer Hand, woraufhin Groh ungeduldig zu ihr stapft und ihr den Zähler aus der Hand schnappt. Wenn ich dich tausendmal in den Birkenwald begleite, kannst du für mich ruhig mal zehn Schritte über deine Drei-Kilometer-Grenze hinausgehen. Molly fällt so schnell nichts zu ihrer Verteidigung ein. Da packt Groh sie auch schon am Arm und zieht sie hinter sich her zu dem kleinen Haus. Sie legt ihre freie Hand auf die Türklinke, drückt sie runter und klack, die Tür schwingt auf. Groh grinst ihr breitestes Grinsen. Molly furchtelt mit den Armen. Sie können doch nicht einfach das Haus der fremden Frau betreten, die ganz offensichtlich nichts mit ihnen zu tun haben will. Aber Groh winkt sie eifrig hinter sich her. Trotz der Dunkelheit kann Molly ein paar Stiefel und die lange grüne Wolljacke erkennen, die die große Frau draußen angehabt hat. Es duftet nach Wald. Groh schleicht vorsichtig weiter in einen langgestreckten Raum, der vom Boden bis zur Decke mit Regalen tapeziert ist. Und in jedem Regal stehen Bücher in allen Farben und Größen. Sogar auf dem Boden stapeln sich Bücher. Groh reißt einen Lexikonturm um. Die Bücher fallen polternd zu Boden. Molly hält die Arme über den Kopf, um sich vor der Lawine zu schützen, die allerdings ausbleibt. Stattdessen scheinen die umgekippten Bücher wie eine Türglocke zu funktionieren, denn aus dem Inneren des Hauses ertönt »Hallo, ihr könnt reinkommen!« »Ganz bestimmt nicht«, denkt Molly. Sie gehen unter keinen Umständen in das Haus einer fremden, verrückten Frau, bloß weil diese fremde, verrückte Frau sie dazu einlädt. Das ist der älteste Hexentrick der Welt.« Was Groh nicht zu wissen scheint, weil sie begeistert kichert und Molly einfach hinter sich her in den Raum schleppt, aus dem die Stimme kommt. Sie betreten eine Küche. Eine gelbe Küche mit einem kleinen Tisch und an allen Wänden stehen Schränke ohne Türen, in denen noch mehr Bücher sind. Und mitten in der Küche wartet die große Frau. In der Hand hält sie allerdings keine Fleischaxt, sondern eine geblümte Kaffeekanne. »Entschuldigt bitte, dass ich vor euch weggelaufen bin, aber mich hat seit über 20 Jahren niemand mehr besucht«, sagt sie und nimmt zwei Kaffeetassen aus einem offenen Schrankfach. »Und wenn ich endlich mal wieder Besuch bekomme, ist es doch ärgerlich, keinen frisch aufgebrühten Kaffee anbieten zu können.« Sie schenkt Kaffee in die beiden Tassen und reicht sie Groh und Molly. Die Mädchen nehmen jede eine Tasse. Groh ist so überrumpelt, dass sie sogar einen Knicks macht. Das hat Molly sie noch nie tun sehen. Die Frau heißt Borgni-Ühr und redet wie ein Wasserfall. »Ich bin Sängerin und Dichterin und Malerin und Professoren, Naturfreundin, Naturgegnerin und Botanikerin. Zu all dem habe ich mich selbst ernannt. Ich gebe es ja zu, aber mächtig beeindruckend, muss ich sagen. Ich lebe hier schon mein ganzes Leben lang allein. Das ist kein bisschen weniger beeindruckend. Borgni streckt die Nase in die Luft und wippt mit ihrem Küchenstuhl nach hinten. Groh und Molly teilen sich einen Sessel, weil Borgni den dritten Stuhl am Tisch freihalten will, falls sie spontan ihre Beine hochlegen will. »Wohnen Sie hier wirklich ganz alleine?«, fragt Groh und beugt sich auf ihrer Sesselhälfte vor. »Ja, wie gesagt, schon mein ganzes Leben. Unglaublich beeindruckend finde ich das. Sowas hat vor mir noch niemand geschafft«, sagt Borgni. »Es kann gar nicht sein, dass Sie Ihr ganzes Leben alleine im Wald gewohnt haben«, sagt Groh und verschränkt die Arme vor der Brust. »Ssch, du redest so laut. Ich kann nicht hören, was du sagst«, ruft Borgni und drückt die Hände auf die Ohren. »Sind Sie denn nie im Ort gewesen?«, fragt Molli. »Im Ort? Doch, da bin ich ab und zu, um was zu essen und Kaffee zu stehlen.« Groh und Molly starren Borgni schockiert an. »Stehlen ist verboten«, sagt Groh. »Ich habe doch kein Geld«, sagt Borgni empört. »Und wenn ich tagsüber in den Ort gehe, um mich nach einer Arbeit umzuschauen, würden die Leute mich garantiert vor Begeisterung zu Sauerrahm, Brei und Obstkompott einladen. Aber ich will keinen Obstkompott. Ich will einfach nur meine Ruhe haben.« Borgni hebt die Kaffeetasse und knallt sie dreimal auf die Tischplatte. »Ruhe und Frieden!« Molly kneift Groh unauffällig in den Oberschenkel, damit sie das Gesprächsthema wechselt. »Man kann ja nie wissen, was passiert, wenn man die Frau provoziert«, denkt sie. Borgni schnappt sich die geblümte Kanne und schenkt sich bis zum Rand Kaffee nach, sodass er um ein Haar überläuft. Dann stützt sie das Kinn auf die Tischkante, legt die Lippen an den Tassenrand und trinkt ihren Kaffee mit ohrenbetäubenden Schlürflauten. Groh räuspert sich vorsichtig. »Ist das ihr Briefkasten?«, fragt sie mit ihrer nettesten Stimme. »Unterbrich mich nicht dauernd«, sagt Borgni brüsk. Sie gibt einen gehäuften Löffel Zucker in die Tasse und rührt wie besessen darin. Anschließend kippt sie wieder mit ihrem Stuhl nach hinten und schaut aus dem Fenster. Molli und Groh sehen sich an. »Borgni?«, fragt Molli. »Boah!«, die große Frau zuckt zusammen und verschüttet Kaffee auf dem Tisch. »Seid ihr immer noch da?«, fragt sie und wischt den Kaffeeflecken mit ihrem Pulloverärmel auf. »Ähm, wir wollten nur wissen, ob der gelbe Briefkasten ihrer ist.« »Ja, stell dir vor, das ist meiner.« »Wir haben nämlich eine Postkarte darin gefunden, die an Molli adressiert war«, sagt Groh. »Molli? Wer um alles in der Welt ist Molli? Ich kenne keine Molli.« »Ich bin Molli«, sagt Molli und hebt die Hand. »Ach, du bist Molli? Aha, dann ist die Karte wohl auf Abwege geraten«, sagt Borgni, als wäre es das Natürlichste auf der Welt. »Abwege?« Molli gibt sich Mühe, nicht zu aufdringlich zu wirken. Sie will auf keinen Fall, dass Borgni dicht macht. »Ja, unterwegs verloren gegangen, weil ein falscher Name oder eine falsche Adresse draufstand oder die Briefmarke verkehrt war. Sowas in der Art.« »Aber in solch einem Fall wird die Post doch an den Absender zurückgeschickt, oder?«, fragt Groh möglichst beiläufig. »Nur wenn der Absender dran gedacht hat, auch seine Adresse auf den Umschlag zu schreiben. Wenn man das vergisst, hat der Brief keine Ahnung, wo er hin soll.« Groh sieht genauso verwirrt aus, wie Molli sich fühlt. Borgni seufzt dramatisch, beugt sich über den Tisch und blickt Groh ganz tief in die Augen. »Hast du jemals einen Brief abgeschickt und irgendwann später festgestellt, dass er nie bei der Person angekommen ist, für die er bestimmt war?« Groh nickt und Borgni wendet sich an Molli. »Oder hast du vielleicht schon mal auf einen Brief gewartet, von dem du wusstest, dass er kommen soll, den du aber nie erhalten hast? Hast du dich da nicht gewundert, wo der Brief wohl abgeblieben ist?« »Die Antwort ist ganz einfach. Sie landen in meinem gelben Briefkasten. Frag mich nicht, warum. Ich weiß nur, dass hier alle Briefe eintrudeln, die sonst nicht wissen, wohin sie gehören.« »Wow«, sagen Molli und Groh im Chor. »Wow, ja. Da sagt ihr was. Ich bekomme jeden Tag Post von tausenden von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Und für mich war in der ganzen Zeit nie auch nur ein einziger Brief oder eine einzige Karte dabei.« »Und was machen Sie mit all der Post?« Sicherheitshalber flüstert Molli, damit Borgni nicht zu erzählen aufhört. »Ich hole die Post aus dem Briefkasten, sortiere sie nach Namen und stelle sie in Ordnern abgeheftet in meine Regale. Jeden lieben Tag«, sagt Borgni und reißt die Arme in die Luft. Molli rückt auf die Sesselkante vor. »Dann leeren Sie wirklich jeden Tag den Briefkasten?« »Die Post kann zu verschiedenen Tageszeiten kommen, aber ich leere ihn grundsätzlich um Punkt elf Uhr. Jeden Tag.« Molli und Groh sehen sich verwundert an, als Borgni die Augen zukneift und an die Zimmerdecke blinzelt. »Außer heute. Da war ich etwas später dran, weil ich beim Karamellweitspucken völlig die Zeit vergessen habe.« Die Mädchen schauen ebenfalls an die Decke, die von Karamellklumpen übersät ist. Molli findet das ziemlich eklig, aber Groh scheint schwer beeindruckt von Borgni zu sein, die stolz den Hals reckt. Im nächsten Augenblick verengen sich Grohs Augen zu schmalen Schlitzen. Sie blickt sich erst in der Küche um, lässt sich dann gegen die Rückenlehne des Sessels fallen und reckt den Hals, um in den Flur zu schauen. »Wenn sie jeden Tag den Briefkasten leeren, ergibt es doch einen Haufen Post. Wo ist der? Hier ist doch nirgends auch nur der kleinste Briefschnipsel.« Borgni klatscht so energisch mit den flachen Händen auf die Tischplatte, dass ihre Brille verrutscht. »Keinen Schnipsel, sagst du?« Ihr Stuhl kippt um, als sie abrupt aufspringt und aus der Küche stürmt. »Er scheint nicht gut für das innere Gleichgewicht zu sein, wenn man sein ganzes Leben lang alleine lebt,« denkt Molli. »Kommt ihr endlich, oder was?«, ruft Borgni aus einem anderen Raum. Molli und Groh laufen durch den Flur mit den unendlich vielen Büchern bis zur nächsten Tür. Dahinter ist ein kleines Schlafzimmer, in das nicht mehr als ein schmales Bett mit gehäkeltem Bettüberwurf und ein braunes Nachtschränkchen mit einer winzigen Nachttischlampe passt. Vor dem Bett ist eine aufgeklappte Kellerluke. Die Mädchen schieben sich ins Zimmer, gehen in die Hocke und starren mit weitoffenen Mündern in einen gigantischen Keller. Dort unten stehen bestimmt eine Million Aktenordner, allesamt weiß, nach Alphabet sortiert, dicht an dicht in hohen Regalen, zwischen denen nicht der kleinste Streifen Wand zu sehen ist. Etwa 20 Regale stehen frei im Raum, die von beiden Seiten mit Ordnern bestückt sind. »Da habt ihr eure Schnipsel«, sagt Borgni-Ühr nicht ohne Stolz. »Wow«, sagt Groh und wagt ein paar vorsichtige Schritte die schmale Treppe hinunter. Unten angekommen, dreht sie sich einmal im Kreis, bis sie alles gesehen hat. »Wow, wow, wow«. Molly traut ihren Augen nicht. Sie geht die 15 steilen Stufen hinunter und zu einem Regal mit den weißen Ordnern. Dann streicht sie mit einem Finger über die Rücken. Manche sind dünn, manche super dick. Molly legt den Kopf schräg, damit sie lesen kann, was da mit schnörkeligen Buchstaben auf den Ordnerrücken steht. »Karin Grönneberg«, flüstert sie. »Ja, jeder Name bekommt eine eigene Mappe.« Borgni lugt über Mollys Schulter und braucht beide Hände, um den großen, schweren Ordner mit einer angestrengten Grimasse herauszuziehen. Groh hilft ihr. »Haben Sie je versucht, Karin Grönneberg ausfindig zu machen?«, fragt Molly. »Nein.« »Wieso nicht?«, fragt Molly erstaunt. »Das ist doch nicht Ihre Post.« »Ich bin schließlich kein Postbote. Die Einsortiererei ist schon aufwendig genug«, sagt Borgni und hebt den Kopf. Sie nimmt ungefähr ein Dutzend Briefe aus dem Ordner, die alle an der langen Seite aufgeschlitzt sind. »Öffnen Sie die Briefe etwa auch?« Groh kann es nicht fassen. »Es ist verboten, die Post anderer Leute zu lesen. Stimmt's, Molly?« »Hallo? Ich wohne schon mein ganzes Leben lang alleine hier. Die tägliche Post ist meine einzige Freude«, sagt Borgni vorwurfsvoll und macht einen Schmollmund wie eine Dreijährige. Plötzlich beginnt Groh zwischen den Regalen hin und her zu laufen. »Gibt es auch einen Ordner für Groh-Gran?« Sie bleibt auf Zehenspitzen und mit erwartungsvoll strahlendem Blick vor Borgni stehen. »Nein.« »Sind Sie sicher? Bei den megavielen Ordnern hier unten können Sie doch unmöglich die Übersicht haben.« Borgni sieht sie beleidigt an und erhebt die Stimme. »Ich habe die totale Übersicht über meine Ordner und weiß genau, was in meinen Regalen steht und was nicht.« »Okay, okay«, Groh hebt entschuldigend die Hände und versucht Borgni zu beruhigen. Und Molly bemüht sich, so gleichgültig wie möglich zu klingen, als sie fragt, »Wie sieht es mit Molly-Halsen aus?« Kaum hat sie die Frage ausgesprochen, fängt ihr rechter Arm an zu glühen. Und dann auch der linke. Borgni steht ein paar Sekunden schweigend da, ehe sie zwischen zwei freistehende Regale in der Mitte des Kellers tritt. Mollys Herz beginnt schneller zu schlagen. Vor lauter Aufregung schließt sie die Augen und hört Borgni ein paar Ordner hin und her schieben. »Molly-Halsen?«, ruft Borgni. »Ja«, antwortet Molly. Jetzt schlägt das Herz in Mollys Brustkorb, den reinsten Trommelwirbel. Sie kriegt kaum noch Luft. Vorsichtshalber drückt sie ganz fest die Daumen. Da hört sie Borgni auf sich zuschlurfen und vor ihr stehen bleiben. »Nix. Keine Molly-Halsen.« »Nix. Keine Molly-Halsen. 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 Ke